Hallo und herzlich willkommen zu einem hier haben wir den Eingang ich musste leider eine re-upload machen weil die musik irgendwie nicht stimmte und jetzt benutze ich einfach die hier ist ein kleiner Teich hier haben wir unser Waschbecken mit unserer super Toilette ja hier haben wir eine Badewanne die Handtücher dann gehen wir mal hier weiter Regale und Tisch dann haben wir hier unsere Küche alles was schönstätig hier ist ein Lohleimer hier ist ein Ofen und hier haben wir unser 3D Kilo hier kann man noch ein bisschen rausgehen dann gehen wir mal hier raus hier haben wir eine schöne Hecke dann fliegen wir mal um das bisschen zu beschleunigen so dann haben wir hier unseren Kaltstand da können wir hier nämlich auch rausgehen und sie liegen in unser Highlight des Hauses der Wasserfall ja ich wurde auf dem Katzpark gebaut der Wasserfall und nun fliegen wir wieder in das Haus es lag weil ich gerade im Videoklade schläge und dafür so die meisten Innenraum habe ich gemacht aber die Treppe hat wieder Katzpark gemacht so dann gehen wir mal in das Büro das Büro hier ist eine kleine Liegelounge ja gefällt mir und hier ist ein kleines Büro ja ein Tisch Stuhl hier haben wir eine schöne Aussicht und ja hier habe ich euch das schon gezeigt so dann gehen wir mal hier in die Nerd Bücherei eine kleine Bücherei so hier das Schlagzimmer ein paar Regalen hier kann man auch wieder rausgehen so ein kleiner Balkon ja was will man mehr hier ist ein kleines Bett und dann hier ist noch ein Balkon das ist schlicht gehalten das ganze ja mit Tischen liegen jetzt fliegen wir mal runter das war ein kleines aber feines Haus ich hoffe euch hat es gefallen wenn ja dann gebt einen Daumen hoch kommentiert das ganze der Downloadlink zu dieser Map ist hier in der Beschreibung und die Idee vom Video ist auch unten in die Beschreibung tschüss und bis zum nächsten Mal euer Benni bis zum nächsten Mal dr 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 dr